Neue Informationen bezüglich der Yonko und ganz besonders Shanks sind geleakt und es wird richtig krass, welche das sind seht ihr nach einem kurzen Intro. Was geht ab Leute, Sehen ist wieder da und Shrewasia hat einen Promoartikel in The We Jump geschrieben und dabei geht es um die Yonkos und ganz besonders Shanks und sie haben uns Sachen verraten die sind einfach nur delicious. In diesem Artikel steht, dass sowohl Kaido als auch Big Mom ein Kopfgeld von über 2 Milliarden Berry haben. Dies ist nun an sich nichts besonderes, denn auch Blackbeard hat ein Kopfgeld von über 2 Milliarden Berry, aber es gibt uns einfach mal so langsam den Hinweis dafür, wie hoch die Kopfgelder denn eigentlich steigen können. Denn so wie der Satz geschrieben steht, lässt es sich implizieren, dass die Kopfgelder von Kaido und Big Mom nicht über 3 Milliarden Berry liegen. Das heißt auch gleichzeitig, dass Ruffy an sich gar nicht mehr so weit weg ist, das heißt diese ganze fünfte Yonko Sache ist nicht mal so übertrieben. Zudem heißt es in diesem Artikel wörtlich übersetzt, obwohl er der einzige Yonko ohne Teufelsfrucht ist, ist es stark genug sich mit einem Admiral anzulegen, sein Kopfgeld ist das höchste. Okay, das ist eine krasse Information bezüglich, wir haben hier 2 Informationen sogar, die wirklich krass sind. Die eine ist, er hat keine Teufelsfrucht. Shanks besitzt keine Teufelsfrucht. Damit sind endlich diese ganzen Theorien mit einer Zeit-Zeit-Frucht oder ähnliches bei Shanks ad acta gelegt. Ciao, finito, bye bye. Shanks ist ein Yonko und Shanks ist megamäßig stark und das komplett ohne Teufelsfrucht. Er ist ein meisterlicher Schwertkämpfer und hat wahrscheinlich eines der stärksten, wenn nicht sogar das stärkste Haki in One Piece und damit kämpft er. Ich meine, wir haben damals ganz am Anfang von One Piece gesehen, er hat Raffi gerettet und konnte dadurch eben schwimmen. Ja, er ist geschwommen und hat trotzdem einen Seekönig einfach nur, indem er ihn angestarrt hat, vertrieben. Es wäre komisch gewesen, wenn er jetzt im Laufe der Zeit der Story in diesen 2 Jahren plötzlich eine Teufelsfrucht gegessen hätte, warum auch immer. Ich meine, oh ich bin Shanks, ich bin so schwach, ich habe zwar übermäßig starkes Haki, aber ich muss eine Teufelsfrucht essen, damit ich noch stärker werde. Ja, das wäre wirklich, wirklich, wirklich strange gewesen. Und die zweite Info, die wir hierbei bekommen haben, ist, dass sein Kopfgeld das höchste ist. Halt, stopp! An dieser Stelle sei mal gesagt, wir haben doch eigentlich schon längst in One Piece den Most Wanted Man gefunden. Und dies ist kein anderer als unser geliebter Dragon. Wer hat jetzt das höhere Kopfgeld? Übersetzer wie zum Beispiel Arthur von The Library of Ohara oder auch SP Manga sind sich darüber noch nicht ganz sicher, wie man diesen Satz richtig übersetzen soll bzw. wie man den richtig deuten soll. In diesem Artikel geht es eigentlich ausschließlich um die Yonkos. Das heißt, sein Kopfgeld ist das höchste. Bezieht sich das jetzt nur innerhalb der Reihen der Yonkos, dass er halt eben unter den vier Kaisern das höchste Kopfgeld besitzt? Oder eben, muss man das wortwörtlich nehmen, dass er eben in der ganzen One Piece Welt das höchste Kopfgeld hat? Und das ist wirklich die Schwierigkeit hier dabei. Wie gesagt, man betitelt keinen als The Most Wanted Man, wenn er nicht eigentlich auch das meiste Kopfgeld hat, oder? Ganz, ganz, ganz komisch. Also ich nach wie vor persönlich denke, dass Dragon einfach das höchste Kopfgeld hat und Shanks eben das höchste Kopfgeld unter den vier Kaisern oder das höchste Piratenkopfgeld. Oder aber eine Möglichkeit ist, dass es bei Dragon gar kein Kopfgeld mehr gibt. Sondern wenn man Dragon fängt und ihn die Weltregierung ausliefert, gibt es in irgendeiner Form eine andere Art der Belohnung. Vielleicht steigt man ja im Rang eines Tenryubitus auf. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Aber was denkt ihr, wer hat nun letzten Endes das höhere Kopfgeld? Shanks oder Dragon? Schreibt es einfach mal in die Kommentare drunter. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie da eure Meinung dazu ist. Vielleicht haben wir auch jemanden in der Community, der wirklich perfekt Japanisch kann und diesen Satz richtig so übersetzt, wie er auch, sag ich mal, gemeint ist. Oder uns sagen kann hier in Form von, grammatikalisch muss es so sein, dass es eben ist, dass er das höchste Kopfgeld unter den Yonkos hat. Wie auch immer. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Zudem heißt es noch in diesem Artikel, dass Shanks eine Verbindung zu den Gorosei hat. Deshalb konnte er zum Beispiel auch einfach zu den Gorosei gehen und sich mit denen treffen und unterhalten. Die Frage hierbei ist jetzt nur, was zur Hölle ist Shanks Verbindung mit den Gorosei? Ich meine, so viele verschiedene Sachen gibt es da nicht. Man könnte jetzt sagen, okay, möglicherweise ist er mit einem der Gorosei verwandt. Ich meine, dieser eine mit dem blonden Haaren, vom Gesicht her sieht schon ähnlich, wobei er halt blond ist. Also müsste halt die Mutter rothaarig sein. Oder vielleicht ist er sogar direkt mit Imsama verwandt. Und da gibt es wirklich ein riesiges, riesiges Theorienportfolio, das man jetzt aufstellen könnte. Es gibt ja schon längst die Theorien, dass Shanks ja eigentlich böse ist. Vielleicht ist es ja in irgendeiner Form wirklich so. Und er ist wirklich mit Imsama letzten Endes verwandt. Oder halt einfach einer der Gorosei. Wie wir ja wissen, werden die Gorosei, oder wie wir ja immer denken von den Theorien her, sagen wir es lieber so, werden die Gorosei immer wieder verjüngt. Deswegen ist Jewelry Bonnie für die Weltregierung so wichtig. Das heißt, die Gorosei sind im Grunde eigentlich schon 800 Jahre alt. So könnte es vielleicht auch bei Shanks sein. Vielleicht wurde Shanks jung gemacht, wurde dann bei Gold Roger mit eingeschleust, weil wir wissen ja nicht, zu welchem Zeitpunkt er bei der Gold Roger Bande eingetreten ist letzten Endes. Und hat halt so mehr über das One Piece erfahren, aber letzten Endes vielleicht nicht vollständig alles, also alle Geheimnisse, weil Roger ihn vielleicht nicht mit auf die letzte Insel genommen hat. Oder seiner, sag ich mal, normalen Crew, außer jetzt vielleicht Silvers Rayleigh und Scopper Gabbane, nicht wirklich erzählt hat, um was es sich bei dem One Piece jetzt ganz genau handelt. Also wäre Shanks letzten Endes wirklich so ein Einschleuser gewesen und da er selber nicht auf die Insel kommt oder selber aus irgendeinem Grund dahin gehindert wird, das One Piece selbst zu finden, hat er all seine Hoffnung in Ruffy gesteckt. Vielleicht braucht man ja irgendwas ganz, ganz, ganz Besonderes, um überhaupt das One Piece zu entdecken. Und jemandem wie Shanks fehlt das möglicherweise. Und dieses Etwas hat eben Shanks in Ruffy gesehen, so wie er es auch schon in seinem alten Kapitän gesehen hat. Ganz komisch. Also man kann hier jetzt viele verschiedene Theorien spinnen und ich glaube in nächster Zeit wird es extrem viele Shanks-Theorien dazu geben. Muss ich mir mal überlegen, ob ich mir auch in irgendeiner Form eine dazu mache, aber erstmal muss ich da noch ein bisschen Research betreiben und gucken, ob sich da wirklich neue Hinweise finden lassen, vielleicht mit den neuen Informationen. Ansonsten lasse ich es erstmal an dieser Stelle mit der Theorie mal schauen. Muss mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, dieses kleine Infovideo hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja, Daumen nach oben. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, shame on you, shame on you, shame on you. Unten auf den Abo-Button klicken, damit ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.